Hallo meine lieben Wimmelbildfreunde und willkommen zurück zum weiteren Part von Frankenstein Master of Death. Igor hat sich natürlich jetzt verscheckt und wimmert wahrscheinlich, weil er verwundet ist. Und wir müssen ihn immer noch finden, aber dieses Gebäude hat so viele Bereiche, das ist nicht mehr normal. Ratspiel, wahrscheinlich müssen wir jetzt hier schmeißen, oder? Ja, Bullseye, natürlich. So, dann nimm mal alles mit. Realeft, Teil, was? Ach, da hat er es wahrscheinlich. Pirsch, Öwe, Pol, Tomate. So, dann können wir jetzt hier wieder zurück dahin gehen. Ich glaube, so würde das schon passen. Jetzt? Achso, jetzt geht es doch nach unten. Mal schauen, was hier so abgeht. Hier ist gefrorenes Eis. Sag mal, ja, die Traube. Ich glaube, Okay, das Monster hat sich für uns geopfert. Wir brauchen den passenden Schlüssel und der lasst uns jetzt anscheinend auch nicht hier vorbei. Der Stall ist sogar stark genug um Steine zu schmelzen zu bringen. Mal sehen, was passiert, wenn ich den Spiegel darunter lege. Okay, dann können wir auch wieder hoch gehen erstmal. Wieder in den Bereich gehen. Hat sich der Igor bestimmt auch anders gedacht. Da haben wir einen Schlüssel für die Truhe und einen Silberlöffel, den wir hier schmelzen können. Okay, ich muss das Ganze noch ein bisschen erhitzen, ist ja logisch. Aber wir gehen jetzt erstmal schön weiter. So, bevor es weitergeht, möchte ich hier eine Sache nochmal ansprechen. Wir werden, ich werde natürlich wieder in der letzten Folge wieder euch das nächste Wimmelbild präsentieren. Ich muss sagen, wir werden das wie beim letzten Mal machen. Da gehe ich auf Steam und schaue, ob ich noch ein Wimmelbild für euch habe auf Steam. Und ansonsten muss ich einen kleinen Schnitt machen und dann suche ich mir eins aus meinem Regal hier raus. So, damit ihr Bescheid wisst, weil darauf habe ich mich natürlich wieder nicht drauf vorbereitet. Weil ich habe gedacht, das Spiel geht noch ein bisschen länger. Wenn ich ehrlich bin. Da haben wir Kleber, da haben wir das. Okay, Kleber. Das ist wahrscheinlich für einen Spiegel. So, dann wieder zurück. Und dann setzen wir den Spiegel da mal hin. So, da können wir uns mal wieder reinschauen. Ah, hier mal ein Magneten. Warte mal. Oh, da ist das Pfeil-Symbol. Okay. Gehen wir mal Stück für Stück zurück. Machen wir das hier auf. Wir kriegen noch einen Schaft. Moment, jetzt muss ich die Karte nutzen, weil sonst brauchen wir zu lange. Na, wo ist das? Der Eingang hier. Da ist der Eingang. Mit dem Magneten können wir die Speerspitze hier rausholen. Dann gehen wir hier hin. Machen hier einen kleinen Abdruck rein. Jetzt brauchen wir aber noch das flüssige Silber. Jetzt ist es nur die Frage der Fragen. Ih, okay. Das sah aus, sieht aus wie ein Vampir oder sowas. Bitte die Küche. So, dann nehmen wir den Handschuh, damit es nicht so heiß ist. Hier nochmal ein Stück zurück. Und dann haben wir zwei Speerspitzen auf zwei. Moment. Ah, ich weiß, was wir machen. Wir schießen jetzt auf die zwei Kristalle da. Ich weiß, was wir machen, was wir machen, was wir machen. Wir schießen jetzt auf die Wir schießen, dass wir uns nicht zufrieden haben. Wir sind so, dass wir uns nicht zufrieden sind. Es ist Gefrierend zu denken, wie unser Besten wäre, wenn wir uns nicht zufrieden. Oh, mein Gott. Elisabeth ist gut. Du bist unser Saviour. Vielleicht nicht der Worte sein, wie ihr ganz gut war. Wir können nur eine Leben haben, und während wir versuchen, diese Leben zu retten, wir müssen nie versuchen, es zurückzuführen, wenn es verloren ist. So meine Freunde, die Credits bestätigen es. Das war Frankenstein, Master of Death. Ich überspringe jetzt aber die Credits. So. Dann machen wir mal einen kurzen, feinen Schnitt, dann bin ich gleich wieder feuchter. So, da bin ich wieder. Und ich habe mir ein sehr schönes Spiel auf Steam ausgesucht, das ich besitze. Und zwar Lost Land, The Golden Curse. Aber zu deutsch, das verlorene Land. Oder, ja doch, verlorenes Land, der goldene Fluch. So, das wird als nächstes kommen. Mein Feedback zu Frankenstein, Master of Death. Eine wirklich kleine Story, aber sehr schön gezeichnet, sehr schön animiert. Die Idee war auch gut, dass der, auf einmal der Igor Baron ist. Man kennt ihn normalerweise als Gehilfen von Viktor Frankenstein, als den buckligen Igor, dem man immer so karikautiert wird. Und, äh, dass er nur ein Gehilfe ist. Hier war da ein Baron. Fand ich eine ganz nette Idee. Und das auch mal das Monster. Ja, das Monster, wo Viktor Frankenstein erschaffen hat. Das wird immer als böse bezeichnet, obwohl es eigentlich herzensgut ist. Und, ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen, hier mitzuwirken bei den Abenteuern. Eine Kaufempfehlung schicke ich hier auch raus. Das Spiel geht jetzt ganz günstig auf Steam zu erhalten. Und, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Wimmelbild-Abenteuer. Wie gesagt, Lost Land, The Golden Curse. Ich lasse immer, Moment, ich lasse immer hier im Bild irgendwo ein Bild von dem nächsten Spiel immer einblenden. Das mache ich, das führe ich jetzt so ein. Und dann sage ich mal, lass doch den ganz netten Kanal hier von mir ein Abo da. Aktiviert die süße kleine Glocke. Und wir sehen uns dann beim nächsten Wimmelbild-Abenteuer. Cheerio.